Bei der Bedarfsermittlung unterscheidet man drei Methoden. Die deterministische bzw. bedarfsgesteuerte Bedarfsermittlung, die stochastische bzw. verbrauchsgesteuerte Bedarfsermittlung und die heuristische Bedarfsermittlung. Bei der deterministischen Bedarfsermittlung wird der Material- und Teilebedarf auf der Basis des Produktionsprogramms berechnet. Das Produktionsprogramm wird dabei unter Nutzung der Stücklisten, meist Dispositionsstücklisten, über alle erzeugten Ebenen aufgelöst. Zur Ermittlung der Bedarfszeitpunkte werden weiterhin Vorlaufzeitdaten sowie Bestandsdaten benötigt. Deterministische Verfahren werden in erster Linie bei kundenspezifischen Produkten sowie bei Teilen mit einem hohen Wert angewandt. Die stochastische Bedarfsermittlung beruht in erster Linie auf statistischen Daten. Hierzu zählen einerseits Verbrauchstatistiken für Produkte und Einzelteile und andererseits Verbrauchsprognosen. Stochastische Verfahren kommen in erster Linie bei Produkten und Teilen mit mittlerem Wert zum Einsatz. Weiterhin werden sie angewandt, wenn die vom Markt geforderten Lieferzeiten kleiner sind als die Durchlaufzeiten und gleichzeitig in der Programmplanung für die betroffenen Produkte oder Teile keine differenzierten Prognosen erstellt wurden. Bei der heuristischen Bedarfsermittlung lassen sich zwei Formen unterscheiden. Bei der Analogschätzung werden die Ergebnisse der Bedarfsermittlung auf vergleichbare Erzeugnisse oder Materialien übertragen. Demgegenüber liegt bei der Intuitivschätzung eine auf Erfahrungen oder Vermutungen beruhende Meinung über den mutmaßlichen Bedarf in der Zukunft vor. Spezielle numerische Daten über das betrachtete Objekt werden nicht benötigt. Da die Unsicherheit beim heuristischen Verfahren besonders groß ist, wird dieses Verfahren nur bei Artikeln mit geringem Teilewert eingesetzt.